Die Macht der Selbstbeherrschung Gewinnen Sie eine Bärenruhe und dadurch jeden Kampf im Leben. Lassen Sie sich durch nichts und niemanden mehr aus der Ruhe bringen. Lösen Sie all Ihre Probleme überlegen, zielstrebig und erfolgreich. Entdecken Sie die ungeheure Kraft der Selbstbeherrschung. Es ist geradezu erstaunlich, wie einfach es ist, sich Selbstbeherrschung anzueignen. Sie benötigen dazu nicht mehr als ein kleines bisschen Willen und diesen genialen Kurs. Und schon in wenigen Tagen wird das Leben Sie nicht mehr beherrschen, sondern Sie sind es, der das Leben beherrscht in allen Bereichen. Zu dieser aktuellen Ausgabe gehören bei dem gebundenen Buch als Beilage und auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführende Informationen, bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigeren Download sind im Paketsit sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt. Vielen Dank.